Hallöchen liebe Leute, es folgt ein kleines, total abgefahrenes Video. Wir waren gestern in LittleBigPlanet unterwegs und haben eine Scheiße gebaut und haben einfach die Kamera laufen lassen. Ihr wolltet ein Video haben, ich glaube das ist das dümmste und schlimmste, aber auch lustigste Video, was ich in meinem ganzen Leben je produziert habe. Ich saß jetzt, ich weiß, ich glaube zwei Stunden dran ist alles perfekt zu schneiden. Ich hoffe es funktioniert jetzt alles. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Am besten dreht ihr die Box wirklich extrem leise. Meine Schreie sind nicht auszuhalten, die vom Major allerdings auch nicht. Wirklich guckt euch an, habt Spaß, schreibt Kommentare und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dann. Okay, los geht's. Das Auto fährt los, was man jetzt nicht sieht, legt den Schalter um und... Wow, 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 oh mein Gott, oh, oh. Ähm, gerade eben war es irgendwie cooler. Also eben war das... Der P... Oh mein Gott, total ungeplant, aber der Penis, er spuckt. Er spuckt. Wo ist er denn? Das macht der Täter. Also auf jeden Fall, hat das gut funktioniert. Er hat super funktioniert. Da ist er... Oh, wir hätten gleich noch mal müssen, ey. Wir hätten direkt am Anfang aufnehmen müssen. Das gibt's gar nicht. Okay, okay. Flieg und Sieg! Nein, nein! Superman! 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 Da war die zwei Luftballons! Nein, die hat mich verheilen lassen. Da war die zwei Luftballons! Was ist... ey, Alter, ich kann nix machen. Nee, ich weiß nicht, ey. Beim ersten Mal was am lustigsten. Der hängt einfach fest hier irgendwie. Nein! Ich fall' runter. Nein! Auf meinem Haus bin ich gelandet. Ich würd' sagen, wir bauen jetzt ne riesige NASA-Rakete. Oh mein Gott, ich drücke dich auf! Okay. Jetzt. Wir schwimmen! Bist du bereit? Ich bin bereit. Los, Game! Get ready! Oh nein, oh nein, das liegt auf meiner Rakete! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, nix passiert. Das können wir alles vertuschen. Das können wir alles vertuschen. Komm, und jetzt in meine. Warte, 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 das war ja noch nicht... Das war noch nicht alles? Willst du die auch jetzt steuern so? So, das können wir besser. Achtung meine Damen und Herren! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich würd' sagen, ich bin bereit. Ich auch! Feuer! Oh nein! Oh nein! Die Rakete, nein! Die steuert bis zum anderen Rest! Nein, bitte nicht! Ich werde nicht steuern! Du musst sie wieder anscheinen! Du musst sie wieder anscheinen! Oh Gott! Warte, warte! Da fehlt noch was! Da fehlt noch was! Da fehlt noch ein Unglück! Warte! Warte! Na nicht! Na nicht! Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ey! Jetzt hast du mich getötet! Warte, da fehlt noch ein Unglück! Da fehlt noch ein Unglück! Los! Die brennte Rakete! Wo ist es denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich fall auf die Rakete! Oh! Was für ein Schwachsinn, ey! Jetzt weine! Oh riesig das Ding! Boah! Boah! Nein! Ich bin rausgefallen! Nein! Ich kümmere mich drum! Warte! Nein! Hier ist mein Auto! Komm! Steig immer da! Lass dich fallen! Oh! Da hat die Rakete direkt auf mein Auto geknallt! Ich kann es noch retten! Ich kann es noch retten! Ich kann es noch retten! Du 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 du! Boah! Ich hab dir gesagt, ich kann es noch re... Oh nein! Oh nein! Wie schon ist das? Was macht der rüber? Du musst mal kurz oben die nach links drücken, damit der hier rausfliegen kann. Das rechte andrücken. Nein, nein, nein. Du konntest einfach diesen Düsenantrieb den einen anschauen. Das geht! Warum meinte ich mir mitfliegen, Mann? Wie ist das drauf? Deine Rakete gerammt. Oh, höher geht's nicht. So, ich bin da. Ähm, wir fallen. Oh, nein. Alter! So, deine Gameboy-Rakete. Flieg und Sieg. Gameboy-Rakete. Flieg und Sieg! Alter! 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 Ich war da. Wo ist sie? Oh, hier steht ja noch. Hier steht ja noch ein ganz anderes Motel. Guck mal! Die ist oben drauf! Flieg mal hoch! Flieg mal hoch! Flieg mal hoch! Warum ist das eigentlich ein Raketen-Friedrup langsam? Ey komm, wir bauen zwei Stück direkt nebeneinander. So, ganz kleine aber. Und die machen wir dann aneinander. Aber übelst... Neh mal, neh mal, neh mal. Und dann machen wir das genau gleichzeitig. Auch so mit nem Schalter wie ich eben. Ich benutze wieder Pappe. Ich bin aus Holz. Ich mach die coolere Rakete von uns. Bereit? Jo. Los! Was geht denn mit meiner ab? Was geht... Oh, ich bin gegen meine NASA-Rakete geflogen. Eine Rakete scheint stärker zu sein als die andere. Mach mal nochmal zurück. Oh mein Gott, ey. So. Ne, jetzt fliegt er zur anderen Seite. Alter! Oh, die andere hab ich... Ich hab die andere befreit. Alter! Alter! Oh, ich kann... Komma! Leute, nur für euch. Nur für euch die Videos hier. Oh mein... Ich hab... Ich hab den Respawn kaputt gemacht. Die Super... Die Super-Rakete. Spur mal zurück. Die Super-Rakete. Okay, bereit? Okay, ich bin bereit. Auf die Plätze. Fertig, los! Woah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin wieder bei der anderen Rakete! Ich hab sie befreit! Ich hab die Raketen befreit! Fliegt! Fliegt! Oh mein Haus! Mein schönes Haus, das ich gebaut habe. Sehr schön. Aber wo ist meine Rakete? Guck mal! Meine Rakete! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh no! Ah, ich hab gestorben. Okay, Ultra-Mega-Haus-Mann. Bereits zum Start! Ey, die fliegt! Die fliegt total ordentlich! Oh, jetzt geht's ab. Jetzt wird's zum Seestern. Oh, einfach ausgegangen. Oh, ist es ausgegangen. Zum Ninja. Zack, wa! Oh, tot! Wenn die zu schnell sind, dann töten die einen. Die Hacketen töten. ein Mensch. So, nach den vielen Abstürzen der NASA mussten sie ein Material versparen. Oh nein! Hilfe! Nein! Hilfe! Hilfe! Wo ist mein Ballon? Wo ist mein Ballon? Tschüss! Wo ist es? Keine Ahnung! Hier ist der Frito, der erbeten hat. Nach vielen Versuchen musst du die NASA an. Auf der Burg ist es gelandet. Bleib du mal da, wo du bist, da ganz hinten am Ende. Ja. Hier sieht man die ganzen Geschichten. Das ist die Map der Friedhöfe der Raketen. Weiß es nicht alle. Es war so, glaube ich. Es war so. Ne, 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 Supertraktor. Ne, 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 ne. Sieht schon richtig krass aus. Ist schon geil, ne. War das dunkle Materie? Steig ein. Nicht festhalten. Ich komm da nicht rein. So. Bereit? Bis... Ja, mein Süßer. Was machst du heute so noch? Wir sind im Leben, Mann! Wir werden wirklich... Aaaaaaah! Nein! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Das Steining hat dich getroffen. Nein, bitte, Sir. Bitte, Sir. Ich will nicht sterben. Ich gebe schon gar keinen Garten. Nein, nein! Aaaaaah! Aaaaaaah! Oh, Alter! Ich möchte... Dreh, dreh, dreh das Ding mal. Titanic. Aaaaaaah! 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 Boah, es ist schnell. Ich werd richtig gegen die Wand gedrückt. Ich will kein Gas mehr geben! Aaaaaah! Ich hab's überlebt! Ne! Ne Trophy! Aaaaaah! Aaaaaah! Also ich bin auf die andere Seite gekommen! Aaaaaah! Roiit? Es hat funktioniert! Get你们 managed to fly! Die ist von nachher rein vorne! Aaaaaah! Es wird funktionieren, mein Freund! Glaub mir, es wird funktionieren! Spinnen-Auto! Das kann auch ein Auto! Oh nein! 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 Was tut er? Jetzt haben wir keine Probleme! Oh mein Gott, ey! Das ist kein Breakdance! Der ist der Reifen! Oh mein Gott! Warte, vorne muss auch noch eine Rakete ran! Lets do this! Hobby fängt gleich mit der Nase so nach unten in Kinn... Ich gebe voll Gas hin und es ist mein Tag, lauf gegen die Zeit! Oh! Das kann an der Wand langfahren! Du schaffst das Auto, ich glaub an dich. Oh nein! Nein! Warte, warte, warte. Irgendwie ist es vorne viel zu stark gewesen und hier viel zu schwach. Let's do this! Was? 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 Wie ne Dampflok, alter. Was? Was? Da wir mit dem Tag. Nein! Es kann weiterfahren. Es kann weiterfahren. Das kann weiterfahren! Rights! Und jetzt wieder zurück. Du wurdest rausgespüßt! Ich komm jetzt nur mit Rakete Topspeed. Warte da muss ich das rausnehmen, warte, warte. Brück dich Brauna, ruhig. Komm wieder zurück. Du kannst es nicht entkommen. So, fertig. Alter. Das scheiß Reifen, Alter. Wow, oh ! Der berührt es gar nicht. Was geht denn da ab? warte mal wir müssen mal wieder ganz am Anfang mit dem Gegend in Schwung kommen Superman I believe I can fly I believe I can ta- Was war da oben gerade? Komm mal her! Das war mein... Ich fliege dabei! Ich baum jetzt das perfekte, geilste Teil ever! Mach mal auf Stop! Jetzt kann die Party losgehen! Das erste Reifen ist so klein, das ist so klein! Das war zu schnell! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey incompetent! We-we-we-we-we-we-we… We-we… Lass los, 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 lass los. Er schlefft jetzt ganz langsam bis ins Ziel. Nein. Wie es mich anstarrt. Okay. Nein. Müssen wir erstmal landen. Oh Gott, das wird zu krank. Hahaha. Wir würden uns damit rechnen können, dass das einfach nur ein Reifen auf der Ebene dann ist. Wie der Hof war. Ich muss mein Auto nochmal. Hey, mein Ding sieht aus wie die Tigerente. Was war denn das nochmal, die Tigerente? Die kenn ich irgendwo ja noch. Der Tigerente-Club. Stimmt, der Tigerenten-Club. Also mein Gefährtes wäre. Ich hab vergessen vorne den Motor reinzuschalten. Mach mal rückwärts. Bist du bereit? Ja. Let's go! Ähm. Was ist das? Ich glaub die Reifen sind viel zu schnell. Los geht's! Alter, warum macht ihr meinen Wheelie? Hab ich das nicht richtig eingestellt? Hahaha. Der ist hinten zu schnell. 50. Weiß ich gar nicht mehr. Und vorne 50. Oh, boi. Warum macht er dann einen Wheelie? Ich hab genug von deinem Scheiß. Hahaha. Ich bin drauf gegangen. Hahaha. Hahaha. Der hat wie weiters geflogen. Die hat. Hallo? Die ist ultra kontrolliert. Das ist die. Hahaha. 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 Ich war doch nicht mal drauf und fährst schon hin. Es hat sich sofort gepackt, Alter. Hahaha. 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 Wo ist die denn jetzt? Hahaha. Hahaha. Ich hab ein bisschen Angst. Hahaha. Das ist die die gelten Katze. Hahaha. Boah. Er kann fliegen. Hahaha. Noch ein Salto. Und noch ein Salto. Oh nein. Hier. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Hör. 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 So jetzt fehlt die Augen an der Mann. Hör. 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 Oh nein. Oh ich kann nicht mehr. So bauen wir neue Autos. Ich baue jetzt. Den Klotz. Wir präsentieren das neue Auto. Der Klotz. Der Klotz. Das Auto. Das macht die ganze Zeit Geräusche. Hör. 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 Er fährt weiter. Er fährt weiter. Eisern. Eisern wird er sich durchkämpft. Eisern wird er sich durchkämpft. Eisern wird er sich durchkämpft. Warte mal das ist ein bisschen doof. Weil die Reifen so nah aneinander sind. Ich hab dich gecarjacked. Oh nein. Oh nein. Mach munter weiter die Biene. Wurden bei dir auch die Arme so extrem Ja und ich wurde grad voll lange zwirbeln. Mach stopp. In der Luft. Wir wären ein bisschen grad weggeflogen. Ich falle. Ich falle immer noch. Alter, wie hoch bin ich denn? Ich falle, ich falle immer noch. Okay, stopp. Wir sind ganz oben. Superman. Halt dich fest, Joel. Warte, warte. Ich bin auf dem Reifen. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ja, Mann. Aua. Ah. Ah. Stopp. Vielen Dank.